Es leben 3,7 Trillionen Fische in den Ozeanen. Sie gehören nicht dazu. Ich bin vom Fronis Fischstübchen. Das ist die Aquarium-Bande aus Disney-Pixars Findet Nemo 3D. Wusstet ihr, dass es der Gesundheit von Fischen schadet, wenn man sie überfüttert? Oh nein, Hüse, hier drüben. Kontrolliere täglich dein Aquarium. Scheine, Scheine, kleiner Stern. Positiv denken, positiv denken. Aquariumsfische denken nur an das eine, die Flucht. Fische gehören nicht in den Glaskasten. Brubbel! Es schlägt aufs Gemüt. Meine Brubbel. Disney und Pixar präsentieren. Ich komme, Nemo! Verschalten! Findet Nemo in 3D ab 14. Februar 2013 im Kino. Wir werden alle fliegen. Wer macht mit? Wer macht mit? Wer macht mit? Alles? Wer macht mit? ğan.